Und dann schauen wir doch jetzt mal in Taverne. Da wurden wir jetzt schon von mehreren Leuten darauf hingewiesen, dass da einmal der eine Staubmensch ist, der in der Notiz erwähnt wird. Wie hieß der noch gleich? Wir sollen herausfinden, wo Farad die Leichen her hat. Also eigentlich ist die Notiz ja an den Spionen in der Leichenhalle. Aber so finden wir vielleicht heraus, welcher Vereinigung der Spion angehört. Und der Spion wurde losgeschickt, den eingeweihten Amorik zu suchen. In der Bar zum Staubfänger. Und der Staubfänger war direkt gegenüber von der Anschlagsäule. Also hier. Ja, da ist die Anschlagsäule. Müsste das gewahr sein. Uh, ist ja rappelvoll hier. Und lauter Staubmenschen. Ja, okay. Bei dem Namen der Bar, ha? Ah, ein geweihter Amorik. Das wird wahrscheinlich auch ein Staubmensch sein. Na gut, gehen wir mal alle durch, die ein wenig anders aussehen. Den Tod erwartend. Vor dir steht ein junger Staubmensch mit Stoppeln auf dem Kinn und dunklen Ringen unter den Augen. Er starrt mit ernster Miene an die Wand. Seid gegrüßt? Der Staubmensch sieht auf. Er starrt gerade aus, als ob er etwas weit, weit hinter den Wänden der Bar sehen könnte. Hm. Der scheint nicht wirklich mit uns reden zu wollen. Aber versuchen wir es trotzdem. Kann ich dich vielleicht etwas fragen? Der Staubmensch antwortet nicht. Er starrt weiter in die Ferne. Hm. Also gut. Mord zischt dich an. Gehen wir, Meister. Dieser Staubi könnte genauso gut Wurmfutter sein. Das ist nur gerecht. Verschwinden wir von hier. Als du dich zum Gehen umdrehst, spricht der Staubmensch plötzlich mit einer kaum wahrzunehmenden, murmelnden Stimme. Du musst dich anstrengen, um die Worte zu hören. Du glaubst, dass er etwas über jemanden gesagt hat, der sterben möchte. Äh, droht er uns gerade? Äh, was hast du gesagt? Der Gesichtsausdruck des Jungen ist unbeweglich. Möchtest du sterben? Ähm. Gute Frage eigentlich, da wir unsterblich sind und, äh, verflucht sind. Aber, nein, eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir erstmal rausfinden, was mit uns passiert ist. Also sagen wir die Wahrheit? Nein? Du etwa? Ja. Er sieht dich prüfend an. Warum möchtest du leben? Warum möchten wir leben? Ja, halt, um herauszufinden, was mit uns passiert ist. Aber das können wir ihm nicht sagen. Obwohl wir können vage bleiben, wie die Antwort hier. Also Wahrheit? Ich brauche noch Antworten auf bestimmte Fragen, bevor ich bereit bin, mich vom Leben zu verabschieden. Ich möchte herausfinden, wer ich bin. Das klingt jetzt ein klein wenig esoterisch, hm? Der Staubmensch hört dir stumm zu. Als du fertig gesprochen hast, antwortet er nicht, sondern sieht dich nur an. Er sieht aus, als ob er nachdenkt. Willst du sterben? Fragst du deshalb? Ja. Sehr einsilbig, der Kerl. Und uns interessiert eigentlich auch nicht wirklich, warum er sterben will. Aber vielleicht bringt er sich ja um und hat irgendwas für uns dabei. Ha. Warum hast du dich denn noch nicht umgebracht? Ich habe nicht nach einem Weg umgesehen, um mein Leben zu beenden. Wirst du mich töten? Ha. Wenn du so fragst. Schwer zu sagen. Wie viel? Er wirft einen kleinen Beutel auf den Tisch. In diesem Beutel ist alles, was ich habe. 50 Kupfermünzen. Töte mich und sie gehören dir. Das ist echt ein komischer Kauz. Und was werden die anderen Staubmenschen machen, wenn ich plötzlich einen von ihnen niederschlage? Hm. Na gut, das werden wir sehen. Wir sind unsterblich. Wir haben nicht wirklich viel Konsequenzen zu fürchten. In Ordnung. Schließ deine Augen. Er schließt seine Augen. Nimm das Geld und geh leise. Ha. Ähm. Ne, er würde einen Aufstand machen. Er will sterben. Siehe, hier wird es gehört haben, dass er sterben will. Also legen wir unsere Hände um seinen Hals und erwürgen ihn. Du legst deine Hände um seinen Hals und drückst langsam zu. Er schnappt ersticken nach Luft und seine Augen öffnen sich weit. Mit einem bitteren Ausdruck beginnt er, an deinen Händen zu zerren. Hm. Hast du es dir anders überlegt, hm? Ähm. Na gut, lassen wir ihn los. Du lässt ihn los. Und zu deinem Unbehagen musst du feststellen, dass du dies Wille widerwillig tust. Der Junge schnappt nach Luft und hustet heftig. Ha. Aber wenn wir das widerwillig tun, sagt das denn nicht irgendwas über unsere wahre Natur aus? Also wer wir wirklich sind? Unser wirkliches Ich hätte ihn also gerne umgebracht. Hm. Du hast deine Meinung geändert? Der Junge nickt schwach. Hör zu. Wenn du das nächste Mal sterben willst, dann solltest du dir lieber todsicher sein, weil der nächste Typ vielleicht nicht aufhört, wenn du ihn darum bittest. Und jetzt hör auf, um das Leben zu jammern. Wenn du es doch ganz eindeutig noch nicht aufgeben willst. Der Junge sieht dich einen Moment lang stumm an. Dann nickt er langsam und reibt sich den Hals. Ich behalte das Geld als Lohn für die Leere. Der Junge nickt nochmals und kommt schließlich wieder zu Atem. Also gut. Danke, Herr. Dass ihr mir eine neue Perspektive eröffnet habt. Bedankt dich nicht, sondern lebe. Es beleidigt die Toten, wenn du das Leben so missachtest. Leb wohl. Echt komische Typen hier. Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir mit jedem hier gesprochen haben. Aber wollen wir das überhaupt? Suchen wir erstmal diesen Emmerick. Die Leiche hier sieht auch komisch aus. Die weibliche Leiche ist mit einem schweren Hemd aus Sacklein begleitet, das voller Wein- und Essensflecken ist. Ihre Lippen sind zugenäht und ihre Arme und Beine sind mehrfach umwickelt. Die Bandagen scheinen in Konservierungsstoffe getränkt zu sein, um ihren Körper frisch zu halten. Mit dem Ergebnis, dass die Leiche zwar nicht faul, dafür aber ebenso ekelhaft nach Essig riecht. Äh, hast du nachher schon was vor? Der Zombie starrt dich weiter an. Das kennen wir schon aus der Leichenhalle. Also gut. Netz dich mit dir zu unterhalten. Leb wohl. Als du dich abwendest, bemerkst du, dass Morte dich anstarrt. Hä? Hä? Ähm, was? Hast du gesehen, wie diese leichenstarre Schönheit mich angeschaut hat? Och nö, nicht schon wieder. Morte's Zähnchen fangen wie in freudiger Erwartung an zu klappern. Sie hat nach irgendeinem Schleifer gesucht, der die Kälte aus ihrem Sarg vertreibt. Nun fang bitte nicht schon wieder damit an. Morte ignoriert dich und wird nachdenklich. Ich habe eigentlich nichts gegen Aufmerksamkeiten. Es ist nur so, dass ich mehr als nur ein Totenschädel angesehen werden möchte. Verstehst du? Ich habe Gefühle, die bei meinen einfachen animalischen Instinkten hinausgehen. Ich möchte umworben werden und keine kurze Affäre im Mausoleum. Morte, du bist nun mal ein Totenschädel und keiner kann es verhindern, dich als Totenschädel zu sehen. Akzeptiere es einfach. Ja, ich bin vielleicht nur ein Totenschädel. Aber ich habe ein großes Herz. Naja, eigentlich hast du gar keins. Was? Bist du in mein Leben geplatzt, um auf meine Träume und Hoffnungen zu spucken? Gut, dann soll es wohl so sein. Ich habe zwar kein Herz, dafür aber eine Seele. Hoho, jetzt fährst du die großen Geschütze auf, hm? Nun, ehrlich gesagt wette ich, dass du... Ach, vergiss es, lass uns gehen. Ja, ob er eine Seele hat? Ich meine, er ist ein untoter, fliegender Schädel. Hat sowas noch eine Seele? Hm, und haben wir eine? Naja, wahrscheinlich, wenn wir uns an die ganzen Dinge erinnern. Und unsterblich sind. Hm, garant dürfte das nicht sein. Aber gut, weniger philosophieren, mehr Emmerich suchen. Du siehst einen kräftig gebauten Mann mit dunkler Haut und strengen Gesichtszügen. Er trägt eine Staubmenschenrobe und schaut dich mit steinernem Blick an. Seid gegrüßt? Du hast das Aussehen von einem, der verloren ist. Die Stimme des Mannes hört sich an wie ein sich senkender Stein. Hat der Wind dich gesandt oder bist du mit einem Ziel hier? Naja, unser Ziel ist, ihn auszuspionieren. Über Farid. Aber das können wir so direkt natürlich nicht sagen. Fragen wir einfach mal, wer er ist. Ich bin Emmerich. Faktotum und Eingeweihter des vierten Kreises. Ähm, vierter Kreis, wovon? Ist das hier deine Bar? Wenn du Besitztum in Kupfer misst, ist dies nicht mein Establishment. Wenn du Besitztum im Geist misst, gehört es mir. Er hält kurz inne, als ob er versucht, seine Worte zu betonen. Die Staubmenschen hier sind meine Schüler. Sie stehen unter meinem Schutz. Ist er einer der Hochgestellten bei den Staubmenschen? Was macht er denn in der Bar? Kann ich dich mal was fragen? Emmerich wartet. Also, wir können ihn fragen, ob das seine Bar ist. Das haben wir schon. Wir können ihn mehr über die Staubmenschen ausfragen. Das interessiert uns nicht wirklich. Wir könnten uns dem Bund der Staubmenschen anschließen. Hm. Nee. Erstmal sollten wir uns keinem Bund anschließen. Nach dem Journal könnten wir fragen, aber er wird nichts über den Journal wissen. Davon gibt es bestimmt hundert oder tausende hier. Also, einfache Bücher halt. Also, fragen wir ihn mal nach Ferret. Ich suche nach einem Mann namens Ferret. Hast du ihn gesehen? Ich möchte wissen, warum du den Sammler Ferret suchst. Es wird langsam gefährlich, hm? Ähm. Ähm. Warum? Stimmt was nicht? Der Sammler Ferret hat mir in letzter Zeit viele Leichen zur Leichenhalle gebracht. Man muss fragen, woher diese Leichen kommen. Vielleicht könnte ich rauskriegen, wo diese Leichen herkommen? Wie willst du so etwas anstellen? Hm. Ich könnte Ferret suchen und ihn fragen. Wenn du mit dem Sammler Ferret sprechen und mit seinen Antworten zurückkehren würdest, wirst du den Staukmenschen einen großen Dienst erweisen haben. Finde heraus, woher die Toten kommen, die er uns bringt und du wirst belohnt werden. Hm. Na gut. Ich werde Ferret suchen, mit ihm sprechen und rauskriegen, wo die Leichen herkommen, die er euch bringt. Er mal ruhig nickt. Dein Weg ist unser Weg. Komm hier zurück, wenn du deine Antworten des Sammlers Ferret hast. Haha. Jetzt könnten wir ihn fragen, wo Ferret ist, aber, ähm. Wenn er das wüsste, hätte er bestimmt schon jemand anderen geschickt, oder? Na gut. Wer hätte ja irgendeinen Hinweis. Kannst du mir sagen, wo er ist? Es ist mir nicht bekannt, wo der Sammler Ferret ist. Er verbirgt sich vor den Augen der Staubmenschen. Ich würde andere Sammler aufsuchen und ihn deine Frage stellen. Ja, das macht Sinn. Und wir haben ja schon gehört, dass er auf dem Lumpensammlerplatz sein soll. Also könnten wir uns da umhören. Das macht ein Skelett hier. Aus Ordnung und Aushilfe, hm? Die zwei Zombies beschützen ihn. Muss ja echt ein hohes Tier sein. Und dieser Staubmenschen will mit uns reden. Und das verwehren wir gar nicht. Was hast du denn zu sagen? Dieser winzige, verschrumpelte Mann erscheint noch kleiner in seiner riesigen Staubmenschenrobe. Sieht aus, als wäre sie extra ausgewählt worden, um seine kleine Statur zu verstecken. Obwohl man ihn locker auf Ende 90 schätzen würde, ist der Mann noch extrem energiegeladen. Er zappelt unaufhörlich herum und seine Augen wandern flink durch die Bar. Seid gegrüßt? Die Augen des Mannes glühen, als er dich abschätzend betrachtet. Also abschätzend, nach oben hin blickend betrachtet. Und er grüßt dich mit einem leichten Nicken. Seid gegrüßt, Reisender. Schön, dich zu treffen. Du siehst aus wie einer, der gerade seine Siegelbeine zusammenkommt. Seine Stimme wird immer leiser. Entschuldige. Haben wir uns schon einmal getroffen? Dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, wahrscheinlich haben wir uns irgendwann mal getroffen. Wir sind unsterblich. Da kennen wir fast jeden hier. Nein, das heißt, ich kann mich nicht an dich erinnern. Ha, vielleicht habe ich mich geirrt. Mortei schüttelt seinen Kopf. Tja, macht nichts, macht nichts. Wie kann Mortei Grabesende dir helfen? Suchst du... Er schnallt beim Sprechen mit der Zunge. Vielleicht den Vertrag? Vertrag? Der Vertrag? Tja, das ist eine ganz simple Transaktion. Aus den Tiefen seiner Robe zieht Mortei ein staubiges Pergament und eine Schreibfeder. Ich gebe dir 50 einfache Kupfermünzen. Dafür hat der Bund der Staubmenschen, nach deinem Tod, ein Anrecht auf deine sterblichen Überreste. Er lächelt und schnallt mit der Zunge. Was willst du mit ihnen... Was willst du mit ihnen dann schon noch anfangen? Naja, wir würden mit ihnen aufstehen und natürlich wieder weggehen. Aber... Hm... Wir sind ja schon einmal in der Leichenhalle aufgewacht. Das heißt, wir müssen den Vertrag unterschrieben haben. Also können wir einfach einen neuen Vertrag unterschreiben und wenn wir sterben, tauchen wir einfach da wieder auf. Und wir haben 50 Kupfermünzen. 50 Kupfermünzen für meine Leiche? Also gut, ich unterschreibe. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Mortei sieht überglücklich aus. Mit einem dünnen Lächeln legt er ein staubiges Stück Pergament auf eine Schreibfeder und eine Schreibfeder vor dich hin. Das sollst du nicht bereuen. Er zeigt mit seinen Fingern auf drei Punkte auf der Seite. Unterschreib hier, hier und hier. Und schon ist unsere Transaktion abgeschlossen. Weißt du, du zeigst stärker deine Gefühle als sämtliche Staubmenschen, die ich bisher getroffen habe. Morteis Lächeln wird kalt. Ich vertraue mal darauf, dass ihr mich damit nicht beleidigen wollt, mein Herr. Ich wollte dich nicht beleidigen, aber du scheinst schrecklich erpicht darauf zu sein, diesen Vertrag mit mir abzuschließen. Und bei einem Staubmenschen ist halt mir ein solcher Eifer sonderbar. Ich? Erpicht? Mortei zieht die Augenbrauen hoch und hüstelt dann höflich. Mein Herr, wünschst du dir den Vertrag zu unterzeichnen oder nicht? Wenn nicht... Na gut, wir könnten jetzt 50 Kupfer müssen einfach von ihm bekommen, wenn wir einen Vertrag unterschreiben. Aber jetzt sind wir neugierig geworden. Denn er scheint sich wirklich anders zu verhalten als alle Staubmenschen. Ist es schlimm, wenn man Gefühle zeigt? Oh weh, nein. Mortei runzelt die Stirn. Zu viel Leidenschaft, zu viel Gefühl hindert einen daran, den wahren Tod zu erlangen. Leidenschaften widersprechen der Philosophie unseres Bundes. Ha. Und warum zeigst du sie dann? Wir könnten jetzt noch mal über den wahren Tod fragen. Das wissen wir eigentlich, was es ist, aber vielleicht redet er noch ein bisschen weiter mit uns. Also fragen wir, wahrer Tod? Und wenn es das mit uns geht, würde ich wohl so sehen, dass es dort gerade variation wird. All ich kommen in mir bitte. Und dann sehen wir allesvariant. Und dann sammeln. Und dann sehen wir uns.